Eine Versöhnung von Yvonne Wirke und Jamila Rovi ist ausgeschlossen.Yvonne Wirke begleitete Jamila Anfang 2023 nach Australien. Jeder Teilnehmer des Dschungel-Kims darf einen Begleiter für die Zeit auswählen. Doch als die Gerüchte um eine Affäre zwischen Yvonne und Peter Klein, 56, immer lauter wurden, übte Jamila Kritik an ihre Freundin und forderte sie öffentlich dazu auf, das Drama zu beenden. Anschließend hieß es, die beiden hätten sich wieder vertragen. Yvonne wohnte sogar eine Zeit lang bei Jamila in Hamburg. Doch jetzt sagt Yvonne im Interview mit der Bild-Zeitung, eine Versöhnung wird es nicht mehr geben. Die letzten Unterstellungen waren sehr verletzend und heftig. Sowohl der Zeitpunkt, zu dem sie sich geäußert hat, wie auch die Art und Weise haben mir einfach verdeutlicht, dass ich auf diese Freundschaft sehr gut verzichten kann. Punkt nach 13 Jahren ist es schon schade, allerdings hinterfragt man doch einiges. Hat Yvonne Jamilas Tochter alleine gelassen? Yvonne begleitete Jamila auch deswegen nach Australien, damit sich jemand um Jamilas 13-jährige Tochter kümmert, die ebenfalls mitgereist war. Es war wirklich eine schöne Zeit in Australien. Auch mit der Tochter von Jamila. Sie ist wirklich ein ganz tolles Kind. Wir waren viel unterwegs. Am Strand, im Zoo, wir haben Koalas besucht, sagt Yvonne. Bei Jamila klingt das jetzt aber anders. Meine Tochter hat mir erst kürzlich erzählt, dass sie damals in Australien stundenlang allein im Hotelzimmer war und nicht wusste, wo Yvonne ist. Wo Yvonne damals war. Bei Peter? Ich weiß es nicht, beschwert sie sich bei der Bild. So hatte ich das nicht mit Yvonne abgesprochen. Wenn ich jemanden als Begleitung für meine minderjährige Tochter in ein fremdes Land mitnehme, gehe ich davon aus, dass die Person sich kümmert. Ich bin von Yvonne enttäuscht und das verzeihe ich ihr nicht. Jamila beteuert, dass man mit ihr über alles sprechen könne. Doch mit Yvonne sei wohl kein Gespräch möglich, weil sie alles abstreite und nicht ehrlich sei. Yvonnes Erklärung zu der Geschichte. Ich habe sie einmal allein gelassen, weil ich für Jamila ein Kleid und Schuhe kaufen musste. Ich habe die Kleine gefragt, ob sie mitkommen will zum Shoppen, sie wollte nicht. Übrigens war sie da schon 13 Jahre alt. Yvonne Wölke ließ Jamila Rohes Tochter allein im Hotelzimmer zurück. Jamila Rohe beendete die Freundschaft mit Yvonne Wölke. Der Grund dafür, ihre Dschungelbegleitung soll ihre minderjährige Tochter im Hotelzimmer allein gelassen haben. Das kann Jamila ihre einstigen Freunde nicht mehr verzeihen. Jamila Rohe, 56, und Yvonne Wölke, 42, galten einst als enge Freundinnen. Jamila nahm ihre Freundin sogar als Begleiterin mit nach Australien, während die 56-Jährige im Dschungel um die Krone kämpfte, sollte Yvonne auf Jamilas Tochter aufpassen. Dieser Aufgabe sei wirk nicht nachgekommen, behauptet Jamila nun und erklärt die langjährige Freundschaft deshalb für beendet. Punkt ließ Yvonne Jamilas Tochter für Treffen mit Beta Klein allein zurück? Gegenüber Bild lässt sich Jamila nun über ihre ehemalige Freundin aus und rechnet mit ihr ab. Zu groß sei ihre Enttäuschung über Yvonnes Verhalten in Australien, während Jamila von ihrer Freundin erwartet hat, dass diese auf ihre Tochter Yada, 14, aufpasse, habe sich Yvonne anderweitig vergnügt. Meine Tochter hat mir erst kürzlich erzählt, dass sie damals in Australien stundenlang alleine im Hotelzimmer war und nicht wusste, wo Yvonne ist. Yvonne Klein wird nachgesagt, mit der Begleitperson von Lucas Cordalis, 56, Peter Klein, 56, eine Affäre gehabt zu haben. Ob sie Jamilas Tochter wohl für einen Mann allein auf dem Hotelzimmer ließ? Wo Yvonne damals war? Bei Beta? Ich weiß es nicht, rätselte Jamila. Punkt Jamila Rowe kann Yvonne nicht mehr verzeihen. Punkt doch die angebliche Liebschaft zwischen Yvonne und Peter, die sogar zur Trennung von Peter mit Ehefrau Iris Klein, 56, führte, sei nicht mal der Grund für Jamila, sauer zu sein. Ich gehe es vielmehr um ihre Tochter, so hatte ich das nicht mit Yvonne abgesprochen. Wenn ich jemanden als Begleitung für meine minderjährige Tochter in ein fremdes Land mitnehme, gehe ich davon aus, dass die Person sich kümmert. Jamila zieht eine harte Bilanz, ich bin von Yvonne enttäuscht und das verzeihe ich ihr nicht. Punkt für Yvonne Wirke ist die Freundschaft unwiderruflich gelaufen. Punkt für die Freundschaft der beiden sieht es eher düster aus, man kann mit mir über alles sprechen, aber das geht mit Yvonne nicht. Sie streitet die ganze Sache ab, weist alles von sich, aber warum sollte meine Tochter mir Quatsch erzählen? Yvonne ist da nicht ganz ehrlich. Das finde ich traurig. Auch Yvonne hat sich gegenüber Bilz zu der Sache geäußert. Sie sehe das Ganze etwas anders, ich habe sie einmal alleine gelassen, weil ich für Jamila ein Kleid und Schuhe kaufen musste. Ich habe die Kleine gefragt, ob sie mitkommen will zum Shoppen, sie wollte nicht. Übrigens war sie da schon 13 Jahre alt. Auch Yvonne sieht kein Happy End für sie und die Dschungelkönigin, eine Versöhnung wird es nicht mehr geben. Die letzten Unterstellungen waren sehr verletzend und heftig. Fazitkasten, mehr Nachrichten aus der Welt der Stars. Das war das, was ich sehr gut an den Israels. Aber das war sehr viel, sehr gut.